Musik Okay, wie ihr seht, hallo ihr Lieben, wir sind zurück zu diesem Wappen Und genau vor dem Wappen praktischerweise haben sie Jillian anscheinend festgehalten Die sich, ups, in ein Monster verwandelt hat Ähm, ja, und wir haben ja beschlossen, dass wir uns um sie kümmern werden Wir waren jetzt eigentlich auf dem Weg nach Gatherington, aber gut Äh, ja, halt noch ein bisschen länger aus Grrr Okay, wir lassen dich jetzt einfach mal hier knurren und gehen weiter nach Gatherington So, da sind wir dann auch wieder Da war doch was zum Einsammeln Nehmen wir doch gleich mit Genau, wir wollen nämlich für die gute Jillian, die wir gerade gesehen haben Ein Heilmittel finden Und dazu brauchen wir Sayagi Die hat Jillian ja schon mal geholfen Es ist unser Begleiter, Jillian Sie sind wirklich großen Schwierigkeiten Also sind wir gekommen, um dich um Hilfe zu bitten Also ist es so, wie ich befürchtet habe Ich habe es leicht gespürt als erstes Mal, als ich sie getroffen habe Ich habe gedacht, dass ihre magische Energie etwas anders ist als die eines Menschen Bitte heil, Jillian Was hast du ihr angetan? Nichts, bitte heil, Jillian Natürlich Wenn ich sie heilen könnte, dann würde ich es tun Ich kann ihre Transformation nicht aufhalten Es ist weit Es übersteigt meine Kräfte bei Weitem Also gibt es nichts, was wir tun können? Du missverstehst das Ich habe nur gesagt, dass es meine Kräfte übersteigen würde Hä? Was meinst du damit? Was ich damit meine ist Ich habe eine Idee Wer ihr helfen könnte Bloß eine Person Nämlich du Wirklich? Es gibt einen Zauberspruch, der die bösen Einflüsse der Monster austreiben kann Wenn du ihn verwendest Wirst du wahrscheinlich fähig sein, ihre Transformation zu kontrollieren Achso Ja Könnte eher, dass Keine Ahnung Hat sie nicht gesagt, dass Egal Sag uns, wer es ist Der Zauber, von dem ich rede Kann nur von jemandem benutzt werden, der Der würdig ist Derjenige, der beides Einen noblen Geist und Große Selbstlosigkeit besitzt Ich rede von dir Sag ich doch Ich habe es wahrscheinlich geahnt und deshalb falsch übersetzt Ich? Aber ich Ich weiß überhaupt keinen Spruch wie diesen Nein, natürlich tust du das nicht Ich werde ihn dir beibringen Aber diesen Spruch zu lernen trägt ein schweres, starkes Risiko Was, was meinst du damit? Wenn er nicht anständig gelernt wird Wird seine Kraft auf den Sprecher zurückvertragen Oder auf ihn zurückfallen Und wenn das passiert, ist der Tod sicher Aber du bist das Opfer Viele Leben und Zukunft Lasten auf deinen Schultern Es ist Es ist möglich, dass du Am Ende Unnötig dein Leben wegwirfst Um bloß eines zu retten Ich denke nicht, dass es nutzlos sein wird Und außerdem Ich weiß, dass ich die letzten Länder erreichen muss Egal was passiert Es wird in Ordnung sein Also bitte Sag mir, wie ich Shilien retten kann Hier, nimm dis Hier, nimm dies Du hast das Energieentladene Spritknight von Zayagi bekommen Okay Was ist das? Ein Spritknight, das seine Kraft verloren hat Nun werden wir es mit neuer Kraft erfüllen Eine Kraft, die es uns erlauben wird Den Geist und die Lebensenergie der jungen Lady zurückzubringen Es ist unsere letzte Chance, sie zu retten Du musst einfach nur eine Sache tun Deine Heilkräfte verwenden Und meine Licht-elementaren Magie attacken Du musst mir deine Entschlossenheit, deinen Willen zeigen Nutze meine Heilkräfte Um deine Licht-elementare Magie Hineinfließen zu lassen Ich verstehe, Zayagi Ich kann es tun Ich weiß, ich kann Nun denn Komm mit hinaus Bus Okay Heilmagie Hä? Irgendwas mache ich falsch Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich wehre mich jetzt einfach mal Okay Okay Das war falsch Jetzt haut sie mich um? Nein Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss Hä? Sehr gut Nur noch ein bisschen länger Okay, ich mache es richtig Ich mache es anscheinend richtig Ich weiß zwar nicht, was ich richtig mache, aber gut Ich lasse mich einfach vom Blitz treffen Alles Alles Paletti Passt schon Ich habe keine Ahnung Wenn sie sagt, noch ein bisschen länger, dann passt das wohl schon Hey, du musst schon treffen Okay, war wohl genug Hey, hey Bist du in Ordnung, Setzner? Mir geht's gut Ich fühle mich nur ein bisschen schwach Hm Das war zu erwarten, nachdem du den Spruch erlernt hast, erhalten hast Es produziert gleichzeitig eine kraftvolle, das Böse, zurückschwerfende Attacke und heilige Heilenergie Okay Das, äh, Spritknight hat sich in ein Luminär verwandelt Wow, ich würde das nicht in einer Million Jahre verwenden können Ich auch nicht Vielen Dank Ich habe nichts, was ich dir noch beibringen könnte Der Rest liegt bei dir Ich sollte für dein, für, für dein Glück beten Gut, dann wieder zurück Vielleicht sollten wir nochmal ein Zelt verwenden draußen Wäre wahrscheinlich gut Passt schon Okay, wieder allen Viehzeugzeug hier ausweichen Wahrscheinlich müssen wir auch Achso, müssen wir das Spritknight ausrüsten? Wäre vielleicht gut, ne? Hm, Q2 kann ich nicht verwenden? Okay Vielleicht muss ich doch eher Setzner jetzt mitnehmen Hm, ich bin nicht sicher Aber eigentlich würde es Sinn machen, oder? Hm Ja, doch, so Dann wollen wir mal Da sind ja die Ritter schon Wo kommen die denn jetzt her? Eure Hoheit, bitte Bitte haltet noch ein bisschen länger aus Ja, alle, bitte trete zurück Lady Setzner Habt ihr einen Plan? Wenn ich das Signal gebe, bitte Entfernt den, äh, Zauber, der sie bindet Nun denn Nun Jetzt fallen sie alle um Toll Setzner Bist du in Ordnung? Setzner Lady Gillian Bitte seid stark Cornelius Ich sehe Ich verstehe Also ihr alle Wenn du jemandem danken willst Danke, Setzner Sie ist diejenige, die dich gerettet hat Ich verstehe Gillian Du bist in Ordnung Vielen Dank, Setzner Alles klar Sie ist zurück Hurra Sie ist zurück Unsere Lady Gillian Ihre Hoheit Ist zurückgekehrt Hurra Dreimal hoch Für die Prinzessin Kommt schon Kommt schon, ihr alle Ich weiß, wie ihr euch fühlt Aber bitte Beruhigt euch ein wenig Hat das so ein Monsterblut jetzt euren Körper verlassen Eurer Hoheit? Es scheint so Es ist noch nicht komplett verschwunden Aber ich werde es nicht länger Ich werde nicht länger zulassen, dass es mich beherrscht Ich kann es mit meiner eigenen Stärke kontrollieren So viel weiß ich Erinnerst du dich an irgendwas? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Nicht schlecht Es ist, als wenn ein dicker Nebel von meiner Seele genommen worden wäre Alles, woran ich mich erinnere, ist eine Welt Von endgültiger, alles verschlingender Dunkelheit Ein Gefühl von unglaublicher Einsamkeit Und den Hass auf andere Diese Emotionen haben Kontrolle über meine Seele ergriffen Sie haben mich angetrieben zur Zerstörung Ob es meine eigenen Emotionen waren Oder das Ergebnis irgendeiner eines anderen Einflusses Ich weiß es nicht Gleichzeitig Weit weg in der Ferne Konnte ich eine Stimme hören Ja, eine Stimme Eine traurige Stimme Ich weiß nicht, ob es die Stimme eines Mannes oder eines Monsters war Aber die Trauer dahinter Hat mein Herz berührt Immer wenn ich es gehört habe Schien es meine Seele zu verschlingen Und ich war nicht fähig zurückzukämpfen Nein, Lady Julienne Ihr habt tapfer gekämpft Dieser alte Mann weiß es genau Genau wie alle Ritter Ich dachte Die Pflicht Mein Heimatland wieder herzustellen Wäre das Einzige Was mich Vorwärts schreiten lässt Du hattest Unrecht Aber tatsächlich war da noch etwas anderes Tatsächlich, Endi Es ist genau wie du sagst Es seid ihr Der Ritterorden Der mich wirklich angetrieben hat Ihr und all die Menschen aus dem Dorf Die an mich glauben Ich entschuldige mich Dass ich euch alle solche Sorgen bereitet habe Ich weiß es ist zu viel verlangt Aber Werdet ihr mir weiter eure Unterstützung Zusichern? Unsere Herzen sind mit euch Eure Hoheit Sie waren es immer Und werden es immer sein Es gibt keine unter uns Die Auch nur eine Unze An Vertrauen in euch verloren haben Haben Vielen Dank Cornelius Ich gedenke diese Reise Fortzuführen Damit unser Heimatland Endgültig wiederhergestellt wird Zusammen mit meinen Rettern Dann werde ich die letzten Länder Selber betrachten Ich werde die Wahrheit in dem alten Königreich Lernen Sehen Oh königliches Tor Im Namen meiner Vorväter Weise ich euch an euch zu öffnen In meinen Venen Fließt königliches Blut Da ich es bin Gillian Der letzte wahre Nachfahre Des Königreiches Das hat sich geöffnet Also unsere letzte Hoffnung Über die verschwundenen Länder Zu kommen Ist hier drin Lass uns hineingehen Gillian ist einer Party beigetreten Okay Dann brauchte ich sie jetzt gar nicht Dann tausche ich sie mal wieder aus Das lief ja so eigentlich ganz Ganz tutti So wie sieht es aus Wir können noch reingehen Eigentlich Hey Gillian Bist du sicher Dass es in Ordnung ist Dass auch wir hier sind Wenn die nicht bei mir sind Seid Hat das alles gar keine Bedeutung Letztendlich Ist es dank euch Dass ich überhaupt hier stehe Okay Schon wieder so eine Ruine Lass mich raten Es ist voller Monster Muschelhasenmonster Okay Ohne dieses Geräusch Würde ich die ständig übersehen Die Sachen hier Okay Okay hier ging es nicht weiter Nee aber hier ist Ist das eine Brücke Muschelhasen Und Pinguine Okay Ach da ist ja noch einer Ups Au Mist Der ruft jetzt Verstärkung Nicht Okay Dann weg damit Ah Okay Aber jetzt komme ich auch Von hier wieder an den An die Truhe Genau Sehr gut Ein aureolischer Kram Okay Nehmen wir So hier geht es nicht weiter Hier sind wahrscheinlich wieder Monster Da Ist nur ein Neh Sehr gut Ich wollte doch noch Äther kaufen Ich habe vergessen Äther zu kaufen Verdammt Ich darf nicht zu viele Fähigkeiten einsetzen Ach nö Sehr artig Geht doch Geht doch So hier sind wahrscheinlich auch noch Monster Und hier Auch Hier geht es nicht weiter Hier aber anscheinend auch nicht Ach nö Ach nö Die sind so nervig Die sind so nervig Och dann gibt es auch nur noch Ja immerhin Äther Immerhin Äther Ich will mich nicht beschweren Ich sehe aber gerade die Zeit läuft schon wieder ab hier Das heißt wir werden hier beim nächsten Mal weiter durch die Ruinen Irren Aber die mache ich hier gleich Und Da müsst ihr ja nicht zuschauen Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ich hoffe die Ruinen sind nicht so lange wie diese anderen Komischen Ruinen wo wir schon mal Ich glaube vier Folgen Fünf Folgen lang drin waren Das muss ja nicht sein Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao ciao I'm John I'm John I'm John